Servus und hallo, willkommen mal wieder zu einem neuen Video, euer HiSaiG-Dauranty6. Heute geht es um meine Bust-Testversion 1.1, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Euer HiSaiG-Dauranty6, mehr als nur Techniker und ja, ich habe es nur aufgeschrieben in 10 Kapitel, dass wir uns dann einfacher tun als normal und viel Spaß. Dann schalten wir das mal an, vorbereitet habe ich das schon. Jetzt ist die eigene Freundin mal auf Arbeit, jetzt habe ich mal mehr Zeit, weil das hat mich dann mal gestört, als die reingekommen ist und mein Video einfach unterbrochen hat, unter einer Sauna. Ja, läuft gut. So, dann. So, dann kommen wir mal zu Platz Nummer 10 mit I Am Machine und ja, viel Spaß. Giga 2004 mit 12 Videos und ja, das will man öffnen und viel Spaß. Gleich das ganze Obere mit 2 Minuten 53, viel Spaß und ja, gut. Ja, viel Gewerbung. Ordentlicher Bust, ne? Machen wir auch nicht. Ja, der Bustruf kommt zurück. Und. 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 i am machine i never sleep i keep my eyes wide open I Am Machine von der Leverlands. Das ist halt der Arm. Das steht ab, ey. Gar nicht streit. Gar nicht streit auch. Das steht ab, ey. Das steht ab, ey. Ja. So, dann kommen wir mal zu Platz Nummer 9, bevor uns wieder langweilig wird, ne. Und, ja. So, ja, auch nicht. Ja, Platz Nummer 9 mit Nein, jetzt von den Peters Kolbenstube. Und, ja, viel Spaß. Ja, wir haben das mal vorbereitet das ganze, dass es heute mal ein wenig schneller geht als das letzte Mal und wir nicht unterbrochen werden und diesmal mit den Hamasunclub L, weil wir das immer mit dem JBL Scharnstein im Blau gemacht haben und mal diesmal den Hamasunclub L. Der hat 4 Watt mehr, aber juckt eigentlich nicht so ganz. Dann gehen wir mal zu Peters Kolbenstube, wenn ich es finde. Ja, Peters Kolbenstube mit einem Video, viel Spaß, euer Heiser geht doch in eine 6 und ja, das will man öffnen. Eine Minute 25 und ja, viel Spaß. Das geht ab, ey. Ganz gut, ne? Egal ob du hier bist und dich und dir nur passt oder nicht. Das bleibt alles so, wie es hier ist und es wirklich hier nicht mehr läuft. Das bleibt alles so, wie es hier ist und es wirklich hier nicht mehr läuft. Wenn das Ding kein Bass, so einen Beat hat, dann klingt das ganze wie ein Pumbo oder wie ein Pupsloch. Wenn man das auf gut Deutsch sagen würde und ja. So, Platz Nr. 8 mit, ähm, ah, ja. Zwei Lieder mal von mir und zwar Platz Nr. 8 mit Anime Darkface Rock und ja, von mir den Heiser geht doch in 96 und ja. Gut. Gut. Ja, Lieder und Songs mit 8 Videos, das wollen wir öffnen, viel Spaß und ja. Gut. Ja, und zwar das 2. von der ganzen Reihe und zwar mit 3 Minuten 53, Anime Darkface Rock und den Heiser Ich zeige Dora Nantixix, also mich und viel Spaß heute. Da geht der Boss ab, da kann man mal einen Rauner machen. Wunderbar. Wenn das nämlich ist, dann haut nämlich alles hin, wie man auf gut Deutsch sagen würde. Ja, das Lied ist von meinem Kumpel und ich habe das mit Wasser und wieder weg. Ja, auch wenn er das ganze weg bleibt, sieht er nie genug. Es geht ab, Alter, der ganze Schreibtisch mit uns, genau. Ganz sauer. Das Lied ist von meinem Kumpel und ich habe das mit Wasser und wieder weg. Jetzt kommt er auch gut, ne? Da darf man überhaupt nicht noch mal ein paar Wasser. Da darf man auch noch mal, ne? Da darf man auch noch mal, ne? Das Lied war echt gut. Das war eins von meinem Kumpel. Ich habe es nur gearbeitet mit Bass und Beat. Da wird es ein wenig besser klingt von dem Originalton. Und, ach Gott. So, dann kommen wir jetzt zu Platz Nummer 7 und zwar Gidorah Timeshow auch von mir. Den Abonnenten und ja, viel Spaß, Gott. Das untere Kläuch mit 2 Minuten 26 und ja, viel Spaß, Gott. Ja, geht eure Timeshow 2 Minuten 26 und ja, das wird mal verenden. Viel Spaß, Gott. Gut. Auch ein guter Bass, ne? Hast du einen Beat, ist bei dem Lied auch gut, ne? Man sieht es auf dem Bildschirm vor und zurück schwingen. Auf dem Auge auch, ne? Boah, ganz gut, ne? Ja, das ist voll blöd. Ja. Das habe ich mal aus Langeweile gemacht. Das ist ein Bass-Ding da. Meine eigene Kreation aber. Und hier filmiert alles. Der Fernseher, da schreibt ich das mit. Der Bogen. Das ist gut. Wie höher die Wattzahl, desto besser ist der Bass, ne? Sattdorf und Buhl, ne? Elbitzivil, ne? Ja, schon 2.000 Abonnenten haben, ne? Und hier machen wir ja meinen Kanal ja genau nach oben geben, ne? Nochmal ein Dankeschön an ihn, ne? Elbitzivil! Ja, gut. Ja, gut. 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 So, Platz Nummer 5 und zwar Kong Heil to the King von den Abonnenten wahrscheinlich Ghidorah 54, 64 und... spaß gut das sind wir als nächstes verwendet ja king kong mit neuen videos zwischen ding und ding und ja viel spaß das wenn wir jetzt öffnen gut das ganze obere mit fünf minuten drei ja viel spaß gut das wenn man neben ja wohl wieder von vorn machen Seht wahrscheinlich auch wieder auf der Bass, ne? Ordentlicher Bass und Sound. Bei den Resten. Die 3 Da sind ja schon gesetzt. Die 2 Da sind ja schon gesetzt. Die 3 Da sind ja schon gesetzt. Die 3 Da sind ja schon gesetzt. ... Ja, der Bass dreht nur anein. Bring daylight to the night Stand and running in the town of the world Make up the day, go your life Hell to the king Hell to the world Kneel to the ground Stand in the sand Hell to the king Back out for the light Death is riding in the town of the world Make up the bridge in your eyes Hell to the king Hell to the world Kneel to the ground Stand in the sun Hell to the king Hell to the world Stand in the sun Hell to the world So Jetzt nehmen wir uns schon fast dem Finale zu Aber gut Und zwar Platz Nummer 4 mit Godzilla GM Schwerer Name eh Und zwar das Okay Platz Nummer 4 Godzilla Ja Platz Nummer 4 Godzilla GMK Godzilla Music Video 3 von selben Abonnenten wahrscheinlich Viel Spaß Das werden wir als nächstes verwenden Das ist der untere ne Und zwar Godzilla mit 79 Videos Und ja viel Spaß Das sind wir jetzt öffnen Und nehmen das Video Gut Und zwar von den Abonnenten Ja GMK Godzilla Music Video 3 von selben Abonnenten Und zwar von den Abonnenten Ja Darin Zum Beispiel Vielleicht Und nicht Ist die Leute Wenn wir uns Ja Verbrechen Ja Der Ja Na ja. Oh, viel Spaß, Gott. Ciao, wau, wau, wau. Viel Spaß, Gott. Der geht aber auch immer wieder ab, ne? Wunderbar, läuft doch. Wunderbar, läuft doch. Ich denke, die Frage hat mich nicht gewonnen. In mir. Oh! 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 Oh, ganz gutes Ried, ne? Ja, schön. Sehr schön. Aber... Gut. So, dann kommen wir jetzt mal zu Platz Nummer 3, ja. Ja, Platz Nummer 3 mit Alias, lass sie tanzen und ja, viel Spaß heute. Ja, nun schon langsam dem Finale zu. Und so, und, ja. Ja, Alias bei Namika, 8 Videos zwischen Ding und Ding, das werden wir nehmen, reingehen, fertig. Gut. Ja, das ganze Obere mit 4 Minuten 11 von Alias, Alias, Flatten, Namika, lass sie tanzen, Spring Dance, Pro L und ja, viel Spaß. 4 Minuten 11 und ja, Platz Nummer 3. Viel Spaß. Beuterin hilft gegen ihre Knieschmerzen, jetzt will sie ständig raus. Anders als bei Tabletten reichert sich der starke Wirkstoff von... Wollen wir nicht. Ansonsten können wir noch laufen lassen, das sagt ja jemand jetzt noch. Ah, ich wollte nie Manager sein, oder Mitglied im Tennisverein. Wollte nie zur Elite gehören, sondern wollte mich von deren Zwängen befreien. Diese Lemminge enge mich ein, fühl mich hier in der Menge allein. Du musst es allem beweisen, wie mir mein *** kann. Du denkst wann jetzt endlich auf, dabei fängt es jetzt erst an. Und ich schieß ihn auf die Füße, lass sie tanzen, lass sie tanzen, lass sie tanzen. Und alles, was sie hören, ist mehr verkettet. Wollen wir wieder verkettet. Die Salute und schwingen auf, die Kugeln sind im Lauf. Die Schuhe so... ...un Verschleiß, so viele Feinde, ich hole mir ein Munitionsvorrat, der vor paar Monate reint. Und ich lade grad nach. Und ich schieß ihn auf die Füße, lass sie tanzen. Lass sie tanzen, lass sie tanzen. Und alles, was sie hören, ist rettetetet. Wollen wir wieder verkettet. Die Salute und schwingen auf, die Kugeln sind im Lauf. Die Schuhe so... ...und Quallen, jetzt ist... ...tanzen, lass sie tanzen. Und ich schieße ihn auf die Füße, lass sie tanzen. Lass sie tanzen, lass sie tanzen. Und alles, was sie hören, ist rettetetet. Und haben wir wieder verkettetetet. Die Salute und schwingen auf, die Kugeln sind im Lauf. Die Schuhe so... ...und Quallen, jetzt ist Square Dance, Square Dance. Gut. So, die letzten beiden Plätze. Und zwar Platz Nummer 2. Und zwar Dame auf die guten allen Zeiten. Vorletzter Platz. Finale. The Final Chapter und... Gut. So. Wurde Zeit ist auch ne gute. Die Zeit ist auch ne... Wunderbar, das läuft doch, ne? Die Zeit ist auch ne gute. Meine Stimme hat auch können. Alles gut. Ich rede mal wieder zu viel. Ja. Egal. Hauen wir es dir noch. Ja. Dame. Okay. Dame mit einem Video zwischen denen und denen. Und ja. Viel Spaß. Geh mal rein. Und ja. Ja. Dame auf die guten allen Zeiten von... Von den... Ja. Ja. Und zwar 4 Minuten 12. Dame auf die guten allen Zeiten. Offizielles HD Video. Darm Stream Records. 4 Minuten... Ja. Dame auf die guten allen Zeiten. Offizielles HD Video. Darm Stream Records. 4 Minuten 12. Und ja. Viel Spaß. Gut. Platz Nummer 2. Gott. Gott. Lust auf super einfaches Internet? Dann hol dir den neuen Vodafone... Vodafone ist kacke. Das interessiert keinen. Ich schmeiß die Glotze an, du finde kein Programm das mir entspricht. Werbung zwischen schlechten Filmen und dafür zahle ich... Oh, der was ist auch ein Ding. Die Juni. Ich kenn jede Serie der 90er, hab keine verpasst. Egal ob David, der Kabouter, Blinky Bill oder die Mighty Ducks. Pinocchio, Umukkel, der Pinky und der Brain. Heute gibt es davon nix mehr, nur noch Biggie und den Dave. Sag mal, kannst du dich erinnern an Biene Meier und an Scooby-Doo? An Alvin und die Chipmangs an Bugs Bunny und die Looney Toons an DuckTales? Uhhh. Nichts war so spannend wie die Abenteuer von Captain Baloo. Ich wollte reisen wie Pfeifel um die Welt, wie Willi Fox. So viel erleben wie Dorothy, der Zauberer von Ost. Böse Geister bekämpfen wie die Ghostbusters. So... ...zeigen, komm wir schoßen an und Prost auf die guten alten Zeiten! Die pflegen, wie Iron Man, schießen, wie Robin Hood Stark sein wie Popeye und am Ende wird dann alles gut Ich will euch die Helden meiner Jugend zeigen Hoch mit den Gläsern und Prost auf die guten alten Zeiten Tim und Struppi waren die Serie, die meine Jugend zeigen Kommt, wir stoßen an und Prost auf die guten alten Zeiten Die pflegen, wie Iron Man, schießen, wie Robin Hood Stark sein wie Popeye und am Ende wird dann alles gut Ich will euch die Helden meiner Jugend zeigen Hoch mit den Gläsern und Prost auf die guten alten Zeiten Mittlerweile hat sich alles verändert Die Serie, ich vergesse sicherlich nie Im Gegenteil, ich kenne sogar noch deren Titel Melodie Und die ging Schöner als ein Traum Schweben durch den Raum der Illusionen Dort, in wo Träume wohnen Ins reich der Wand, das leichte als der Mond Quatsch Ja Final Chapter Und zwar Platz Nummer 1 Der Ömsinn Ja So, Final Chapter, Platz Nummer 1 Finale Und zwar Öms Ja Na ja Ja, Platz Nummer 1 Ömsinn Okay, Finale Ömsinn Und zwar Ömsinn Zwischen den und den Mit 4 Videos Wenn wir öffnen Und ja, viel Spaß Gott Das ganze Sondere mit 3 Minuten 21 Ömsinn Und Ömsinn Schischauber Und ja, viel Spaß Gott Final Chapter Es ist Wetter Aber Scheiß drauf Erstmal Schischahbar Netflix mit der Freundin gucken Nein Mann, erstmal Schischahbar Party Mati Jetzt nicht Digga Ich will's erstmal Schischahbar Party 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 Schischa-Bar Schischa-Bar Wunderbar, wunderschöne Schischa-Bar Schischa-Bar FIFA-Zocken, kein Bock, Digga Ich will erstmal Schischa-Bar Magenknoppser, komm Digga, lass mal Schischa-Bar Alle Brüder sind schon da Digga, lass mal Schischa-Bar Yallah, yallah Schischa-Bar Schischa-Bar gar... ...chonda Schischa-Bar 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 Schi-Shaba